Hey Leutchen und damit herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Krochi und wir spielen noch ein bisschen Assassin's Creed und erkunden unsere kleine niedliche Ilse auf der wir leben. Da gibt es noch das eine oder andere Fragezeichen und da würde ich das gerne mal mit euch erkunden. Autsch. Okay, da sind wir auch schon beim ersten, da gibt es auch noch eine Kiste. Die Kiste, Kiste, Kiste und da ist noch einer, da ich danach schnell reisen möchte. Noch ein Stückchen wieder zurück, holen wir erstmal die Kiste und danach gehören wir uns um die, oder um die Rest. Wo sie hin? Ach, noch ein Stückchen unten. Wow. So, haben wir alles. Sieht so aus. Können wir es wieder fallen lassen und nochmal nach oben klettern. Bitte hinkommen. Hier werden sie besonders wachsam sein. Ah, Evo. Schlafen die beiden da? Hm, kommt sie jetzt nach oben oder sieht nicht so aus? So, aber auch alle, bitte. So, die beiden auch. Und können wir uns jetzt da oben der Kiste widmen. Ich weiß nicht, läuft der noch ein bisschen rum? So wie jetzt steht, wird er uns sehen. Machen wir mal einen kleinen Umweg. Oh, warum brenne ich jetzt zumindest? Nein, ich brenne! So, Mist. Okay. Haben wir gemacht, können weitergehen. Und wir wollen jetzt zurückreiten zum nächsten Aussichtspunkt und dann begeben wir uns nach hier. Nach da. Hier war schon alles. Nach hier nochmal. Wobei ich nicht weiß, was es hier gibt. Und dann nochmal zum Zyklopen und dann später nochmal zum Holzlager. Geht nicht. So, Mist. Dann reiten wir halt hin. Geht ja auch ganz gut. Genau, beweg dich. Kann ich querfällt ein oder ich reite mal den Weg lang. Ach, das sind die Brüder. Waren das Brüder oder waren das Freunde? Oh, alle gut gemacht. Genau, hier waren wir letzten Mal. Haben die hier ein bisschen aufgeräumt. Haben jetzt nicht alles mitgenommen, wie ihr seht. Aber ansonsten ist das ziemlich unbelebt. Oder ziemlich unbewohnt. Alle weg. Nö, die machen. Doch, die machen doch irgendwas. Aber war das jetzt irgendwas? Keine Ahnung. Oh. Hm. Da kleiden wir mal hier hoch. Und rennen das Stückchen so weiter. Oh, wie dillisch. Mit kleinem Bächlein. Eigentlich wollte ich hier vorgerufen. Okay, hier ist nur das. Da ist noch eine Truhe. Und ansonsten haben wir hier noch Tiere. So. Geh noch mal ins Inventar. Und da haben wir auch ein bisschen besseres Zeug. Zumindest bei den Bogen. Dass wir da auch ein bisschen mehr Schaden machen. Rüstung minus 4. Aber der Schaden geht da ein bisschen hoch. Mal gucken, was wir hier haben. Na gut. Bist du gut? Bewege dich doch mal nicht, wenn ich auf dich schieße. Wie soll ich dich da treffen? Apropos treffen. Ich brauche wieder bald neue Pfeiler. Komm her, du Schlinge. Nein, ich habe nicht angegriffen. Jetzt greife ich. Oh, das ist riesig. Wow. Was für ein Rieser. Haben wir auch alles erledigt? Und ja, können wir weitergehen. Beziehungsweise gab es hier hinten eine Kiste? Nein, nicht da hoch. Ich dachte, hier gab es irgendwo... Ah, da unten. Wie komme ich da jetzt hin? Hm. Mal gucken, ob es hier reingeht. Okay. Okay. Nein, halt raus. Runter. Jetzt aber schnell wieder hoch. Sehr schön, haben wir das auch gefunden. Die ist auch noch ein bisschen was. Überall liegt die Gelder. Gucken wir weiter, wenn wir unsere kleine Erkundungstora weitermachen. Und trennen nach hier. Nach Süden. Ich bin gespannt, was sich da hinten nur versteckt. Erst mal nicht vier. Okay, ist nur der Eilung. So, und können weitergehen. So, jetzt gehen wir weiter. Ich glaube, das nächste ist hier. Trickieren entfernt. Und der will ja... Reiter nicht verfügbar. Hier, besser? Ja. Da ist nix. Wird ein bisschen steinig, aber... Wir schaffen das bestimmt. Halt, halt, halt. Aber wie das... Musst du wirklich da mal Geld mit dem Finger liegen lassen? Damit du da mal schnell reagieren kannst. Bist du mal drücken, noch so nebenbei. Ich weiß nicht, ob es hier noch was gibt bei dem Dorf. Ah, da ist auch noch eine Truhe. Dann können wir die gleich nochmal mitnehmen. Ah, da gibt es auch noch was. Rechts oder links? Ich glaube, ist egal. Sehr schön. Haben wir die gefunden? Los. Was war denn hier gerade so? Durch Soro? Und weiter. Los. Okay. Können wir verkaufen den? Nein, nein, nein. Ich will da lang. Habe ich eigentlich schon die versteckte Klinge oder habe ich die alle nur K.O. gehauen? Ich bin mir nicht sicher. Okay, Wolfshülle. jetzt hör doch mal auf hier halt jetzt erwischt ok jetzt habe ich ihn erwischt auch hier ist auch noch vier und ja können gehen das war's so noch kurz auf die karte gucken ich glaube jetzt kann der zyklop dran ich glaube auch manchmal gern beziehungsweise nicht der zyklop sondern mitarbeiter von ihnen und ja werden wir dem ein rest geben na komm du schaffst das krass wie hochklettert aber die können also klettert im spiel nicht schlecht und sterben oder ist noch wolf alles und so will das innen rum so sind wir beide glücklich so hier sind wir was los ist denn der eine wir brauchen nur die eine seh ich nicht versteckt sich als es letztes mal hier war über dem hof ach ich ganz am ende da fangen wir von der falschen reite an hier passen die wachen sicher gut auf mist wollte ich gar nicht haben ich bin total geschickt na toll ich hab's drauf 18 uhr kommt ihr jetzt rüber oder wenn ich einen umbringe dann sieht's der andre ach so der geht wieder hoch kann ich mich jetzt hier runter machen muss in die andere richtung hoch hast nicht gerade der geschichte ist da was hat der ja ah ok ok so haben wir ja auch erinnert so haben wir ja auch erinnert Hier warte ein bisschen, bis der weg ist und wir uns von hinten anschleichen können. Okay, wo wir von hinten anschleichen können. Haben wir auch erledigt. Sehr schön und ja, können weitergehen, machen wir auch. Wir wollen nämlich jetzt nach hier hin und da gibt's XP, brauchen wir. Gucken, dass ich ein bisschen Platz habe, ob ich jetzt gleich mein Reitier rausholen kann. Da ist es, der kleiner Hacker. Ja, beweg dich. Wir reiten über Stöck und Stein durch unsere Zwischenbäume hindurch. Da war ich schon mal, kurz gucken. Ja, da ist ein Haken dran, da war ich schon mal, da brauchen wir da nicht hin. Und können einfach weiter reiten. Genau da gab's das Holz, deswegen waren wir da schon mal. So. Dann wird es alle wahrscheinlich auch da hinten sein. Oder? Auch nicht. Na gut. Machen wir's so. Vorsicht. Schuss. 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 Wir müssen jetzt stehen. Ach komm, machen wir einmal. Und noch die andere Kiste von da draußen und dann haben wir erstmal alles erledigt soweit auf der Insel und können das nächste mal weitermachen mit dem Tuch. Oh, noch bessere Bogen. Okay liebe Freunde. So, haben wir auch abgeschlossen. Es gibt auch ein paar Erfahrungspunkte und das nächste mal setzen wir rüber und machen hier weiter. Okay, ich weiß gar nicht was es hier gab. Achso stimmt, das habe ich noch nicht gefunden. Das Rätsel. Muss ich nochmal nachgucken. Machen wir ja dann beim nächsten mal. Na gut liebe Leute. Ich bedanke mich fürs zuschauen. Ich hoffe das ganze hat euch gefallen. Dann dürft ihr gerne zeigen, die haben es kommentiert, abonniert und Daumen und Däumchen hinterlasst. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. bei Coaching. Bye.